Also bevor ich jetzt hier alles aus meiner Sicht erzähle, ich möchte in dem Video niemanden irgendwie oder in dem Talk jetzt niemanden an den Pranger stellen, niemanden irgendwie blöd anmachen, niemanden irgendwas vorwerfen. Bitte vergesst es nicht. Ich will das hier auch nicht machen in der Hoffnung, dass mein YouTube-Kanal dann wieder läuft, dass ich wieder Klicks mache oder sonst was. Das sind zwei komplett verschiedene Themen. Ich weiß, dass ich meinen Kanal ziemlich vernachlässigt habe in letzter Zeit schon länger und das ist einfach die Quittung, die ich darüber gerade ausbaden muss. Und ich weiß auch, dass ich viele Fehler gemacht habe, aber ich will einfach, dass ihr wisst, ich mache das hier jetzt nicht, um irgendwie Klicks zu kriegen, um wieder Aufmerksamkeit auf meinen Kanal zu kriegen. Ich möchte einfach euch über dieses Thema erzählen, wie es war und ich möchte auch das so ein bisschen auch nutzen, mich bei den Jungs zu entschuldigen, was wir auch schon alles privat gemacht haben. Aber natürlich auch nochmal öffentlich. Ich war in letzter Zeit sehr viel, sehr viel durcheinander und im Stream waren immer sehr viele Fragen und ich habe erstmal nicht darauf geantwortet, weil ich wollte erstmal über das Thema mit den Jungs persönlich reden, weil das so ein bisschen ausgeblieben ist. Aber ich fange einfach mal an, würde ich sagen. Also, es war nie unsere Intention, den Jungs das nie zu sagen mit dem Auswandern. Wir haben es verkackt. Ich habe es vor allem verkackt und habe der Crew das nicht vorher gesagt, dass wir auswandern. Warum, wieso, weshalb? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir wollten es den Jungs persönlich sagen, am liebsten. Deswegen haben wir es halt den Teasys nicht direkt gesagt, sondern wollten es den halt persönlich sagen. Und dann kam, ach, ich weiß nicht, ich kann es nicht. Ich kann das nicht, Jungs. Ich will nichts Falsches sagen. Ich will die Jungs nicht irgendwie blöd dastehen lassen. Ich will einfach euch erzählen, wie es war, aber ich habe gerade einfach keinen Faden, an dem ich mich festhalten kann. Es sind so viele Themen auf einmal einfach gerade, dass ich komplett durcheinander bin. Also, es geht eigentlich nur darum, dass ich euch erzähle über die ganze Sache mit der Crew. Weil ich ja ausgewandert bin und es dann so in der Luft stand, ey, ich habe die Jungs einfach alle im Stich gelassen, habe die Jungs einfach alle sitzen gelassen, habe einfach mein Zeug gepackt, habe mich verpisst, die Jungs sind mir scheißegal, aber so war es nicht. Ich habe es einfach verkackt, denen zu sagen. Es war einfach zu dem Zeitpunkt, als das Ganze mit dem Auswandern passiert ist, so eine Phase, wo wir alle nicht viel miteinander zu tun hatten. Wir haben, ihr habt es auch auf meinem Kanal gesehen, wir haben kaum Videos zusammen gemacht, also eigentlich so gut wie nie. Ich hatte privat mit den Jungs zu dem Zeitpunkt nicht mehr viel am Hut und deswegen ist es einfach irgendwie an mir vorbeigeschwiffen, den Jungs das zu sagen. Ich habe es meinen kompletten Boys gesagt, mit denen ich immer zu tun habe, Tabak wusste es dann irgendwann, weil Bossius ihm mal gesagt hat, aus Versehen ist es ihm rausgerutscht, als sie, glaube ich, aufgenommen haben. Und ansonsten wusste es keiner der Influencer, niemand. Und wir wissen alle, die Crew ist eigentlich was ganz, ganz, ganz anderes, als einfach nur ein paar YouTuber, Influencer, die gemeinsam Videos machen, mal hier und da, hi, ha, bis sie sich vor die Kamera setzen. Wir haben uns damals, als wir alle kleine YouTuber waren, gefunden, haben uns mega gut verstanden und haben einfach dieses Crew-Ding draus gemacht. Ich weiß noch, ich habe damals mit Broski und Teezy das erste Mal gemeinsam gestreamt, da haben wir zu dritt gestreamt, zu viert, also mit den Teezy's, ich und, äh, Broski, Broski und ich, sorry. Ähm, und das lief dann damals so gut und da hieß die WhatsApp-Gruppe Livestream-Crew. Und da haben wir damals gesagt, ey, geile Sache, lass doch Steini auch mal mit dazu nehmen, ich kannte den damals noch nicht, die Teezy's meinten das, das ist auch voll der korrekte Kerl, cooler Typ, mach den auch mal dazu. Und so ist es dann irgendwie die Crew entstanden. Wir haben uns gegenseitig gepusht, wir haben gegenseitig Spaß gehabt, wir haben Videos gemacht, wir hatten wirklich die geilste Zeit überhaupt. Wir haben uns auf der Gamescom gemeinsam getroffen, wo wir immer die geilsten Wochen hatten, die geilste Zeit überhaupt, die Gamescom war immer so, so wichtig und hat uns einfach mega zusammengeschweißt. Und das war immer so, diese Gamescom war immer so ein Ding, was uns einfach immer wieder zusammengebracht hat. Es gab natürlich immer wieder intern Stress wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, was aber auch irgendwie vollkommen normal ist. Wir waren alles YouTuber, jeder wollte natürlich auch, dass sein Kanal läuft und durch irgendwelche Kacke, durch irgendwelche Sachen, wo man einfach nicht richtig kommuniziert hat, gab es da manchmal ein bisschen Stress, aber das war nie das Problem. Es hat sich immer alles geklärt und vor allem zur Gamescom, Digga, weißt du, so manchmal ging dann die Zeit ein bisschen in die Richtung, wir haben letztens mit den Jungs gecallt, wir haben alle hier im Discord mit Cam gesessen vor zwei Tagen und haben über alles geredet und da hat Simon das ganz gut erklärt. Es war oft so, dass es einfach irgendwie so auseinander ging, manchmal so ein bisschen, dass man nicht mehr ganz so viel zusammen zu tun hatte und dann kamen die Gamescom und hat einfach wieder gezeigt, was für geile Typen wir gemeinsam sind, wie gut wir uns verstehen, wir haben uns gegenseitig unser Ohrschloch gezeigt und es war einfach eine geile Zeit. Und mir persönlich hat das einfach so sehr gefehlt, dass wegen Corona keine Gamescom war, dass die Jungs mir immer mehr abgeschwiffen sind und immer mehr aus meinem privaten Leben raus sind. Bei mir ist es halt irgendwie persönlich immer so, wenn ich was mit jemandem nicht viel dauernd zu tun habe, dann vergesse ich sowas oft. Und das war jetzt einfach letztes beziehungsweise dieses Jahr der Fall. Ich habe die Jungs alle ewig nicht gesehen. Alle Projekte, die wir geplant haben, haben nicht funktioniert wegen Corona. Und ich habe mir irgendwie selbst eingeredet, ja, die Jungs haben gar keinen Bock mehr auf die ganze Sache. Die suchen immer eine andere Ausrede für irgendwas, das nicht zu machen, das nicht zu machen. Wir haben am Anfang von FIFA 21 haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, ey, dieses Jahr machen wir nochmal richtig viel gemeinsam, nochmal richtig Crew-Action. Die Leute feiern es, wir haben auch Bock. und dann kam Corona und nichts davon hat irgendwie geklappt. Wir mussten Crew-Stream absagen, wir mussten Fußball-Challenges absagen, Gamescom wird abgesagt. Und das war auch meine Phase, wo ich irgendwie gefühlt am wenigsten Videos gemacht habe und somit aus dem ganzen Thema ein bisschen abgeschwiffen bin. dann kam die ganze Sache mit dem Auswandern, was ich mir schon ewig in den Kopf gesetzt habe, was wir dann durchgezogen haben und ja, dann hatte ich ja wie gesagt Broski getroffen nochmal zur Europameisterschaft in München und da hatte ich die Möglichkeit es ihm auch zu sagen und hab's ihm auch erzählt. Wir haben uns da in München getroffen und hab ihm Face-to-Face erzählt, yo, hör mal zu, Posti und ich wandern nach Dubai aus. Und da war alles cool, Broski meinte, ey, krass, interessant, coole Sache, zieht euer Ding auf jeden Fall durch und ich hab ihm aber drum gebeten, ey, bitte sag's den anderen Jungs nicht, ich will's allen auf einmal sagen. Und dann war, das war glaube ich im Juli, da stand natürlich alles schon fest und dann ging alles irgendwie so schnell in der Zeit, dass ich mir nicht mehr die Zeit genommen habe, den Jungs mal zu schreiben und zu sagen, ey, lass mal alle hier zum Beispiel im Discord treffen, ich hab euch was zu sagen. Ich hab's einfach nicht gemacht und der Teufel weiß warum, ich weiß es nicht. Es war einfach Blackout von mir oder so. Ich hab dieses Video hochgeladen, wir waren dann aus und dadurch haben die Jungs es erst erfahren, bis auf Broski. und da kann ich natürlich verstehen, dass die Jungs sich voll vor den Kessel getreten fühlen. Dass wir immer so eng miteinander befreundet waren und so dicke waren, wir wissen alles über den anderen und plötzlich erfährst du einfach von jemandem, dass er auswandert. Ja, da würde ich mir auch denken, ey, was soll denn die Scheiße jetzt? Wir haben so viel miteinander erlebt und du verpisst dich einfach, ohne was zu sagen. Ja, und dann kam natürlich in die Crewgruppe rein von wegen, ey, wie sieht's aus, hä? Und ich dann halt, ja, ey, sorry, sich vergessen zu sagen, ich wandere aus. Und für mich war das halt irgendwie klar, ey, da ändert sich nicht viel dran. Wir haben letztes Jahr eh nicht so viel miteinander gemacht, ich bin immer noch da, ich bin immer noch online, ich bin nur noch am Start. Macht euch keine Sorgen. Hab's aber wieder verpasst, es einfach genauso auszusprechen. Und dann war erstmal irgendwie ein bisschen Funkstille. ich hab ja auch online nicht viel dazu gesagt mit der Crew, ich hatte zwei, drei Storys, wo ich gesagt hab, ey, es bleibt alles gleich, immer noch online am Start, wir können immer noch Videos aufnehmen. Aber ich hab einfach mit den Jungs nicht privat geredet, sondern alles über Insta gemacht. Und dann waren die Jungs natürlich angepisst. Dann, äh, hat sich das erstmal irgendwie wieder gelegt, und, ähm, dann kam die Sache mit Pro Club. Ähm, dann hat halt Simon einen Tag reingeschrieben in die Crewgruppe, ey, hör mal zu, ey Jungs, wie sieht's aus, wollen wir nicht doch nochmal Pro Club aufnehmen dieses Jahr, für die letzten Tage nochmal ein paar Videos. Und das war halt genau zu der Phase, als Eli auch zufällig einen Tag vorher auch wieder Pro Club hochgeladen hat. und für mich kam das halt in dem Moment so rüber, kommt's auch immer noch, hab ich den Jungs auch offen und ehrlich gesagt, wie, hey, schau mal, Eli macht es jetzt, lass mal doch machen, gibt bestimmt doch Klicks. So kam das halt für mich rüber, weil die letzten Jahre war Pro Club wirklich mein Lieblingsformat mit den Jungs, ich hab das mega enjoyed, ich hab's geliebt, und ich hätte es am liebsten das ganze Jahr übergebracht. aber es war immer nach drei, vier Folgen, oh ja, das gibt nicht mehr so Megaklicks, ja, Jungs, reicht jetzt auch wieder. Und dann seh ich halt plötzlich, ja, Eli macht es und plötzlich wollen die Jungs das auch wieder machen und dann hab ich halt einfach meine Meinung gesagt und gesagt, ey, Jungs, hört mal zu, fühl ich nicht. Hab ich nicht so Lust drauf, hab ich keinen Bock drauf, weil jetzt plötzlich aus dem Nix wollt ihr plötzlich wieder. Und hab aber dabei gar nicht bedacht, dass da ein Hintergedanke dabei war, dass die Jungs eigentlich auch das machen wollen, dass wir wieder zusammenfinden, dass wir wieder was gemeinsam machen, dass dieses Crewding wieder zusammenwächst. Ja, hab ich die nächste Chance verpasst. Und, äh, für mich hat es irgendwie eher noch mehr einen Keil dazwischen getrieben. Ich weiß auch nicht, warum ich zu der Zeit so gedacht habe. Und hat mir einfach noch mehr gezeigt, so, ey, ganz ehrlich, für die Jungs ist es eigentlich nichts anderes mehr als ein bisschen gemeinsam sein und ein paar Klicks noch abholen. Und dann habe ich ja auch diese Insta-Story gemacht, nachdem die Jungs eine Fußball-Challenge gemacht haben ohne mich. Ja, ich wurde gar nicht eingeweiht zur Fußball-Challenge, weil Leute gefragt haben, warum ich nicht dabei bin. Und dann habe ich auch noch gepostet, ey, ich bin ehrlich mit euch, ich fühle dieses Crewding einfach nicht mehr. ich fühle mich nicht mehr einer Gruppe dabei von YouTubern, weil wir eigentlich gar nichts gemeinsam machen. In der Crew-Gruppe wurde nie was geschrieben, gar nichts, null, da war Totenstille drin. Deswegen fühle ich mich da einfach nicht mehr dabei. Und habe halt dann dazu geschrieben, ey, die Jungs haben halt auch andere Verpflichtungen bekommen, wie Hausbau und Kinder und da haben sich die Jungs dann ein bisschen angegriffen gefühlt, vor allem Timo fand das gar nicht toll. Das kam dann wahrscheinlich falsch rüber, was von mir dann gar nicht so gemeint war. Für ihn war das dann so, als hätte ich gesagt, ey, wegen seinen Kindern gäbe es nie, gäbe es, wäre nie irgendwas gewesen, hätte es nie geklappt. Obwohl er nie wegen seinen Kids abgesagt hat. Und das weiß ich auch. Und das war auch nicht so gemeint. Ich wollte es einfach auf Instagram nett darstellen und nett sagen, so ey, die Jungs haben auch andere Verpflichtungen, werden auch älter, man entwickelt sich weiter und es klappt einfach nicht mehr, dass man so viel gemeinsam macht. Ja, und es war dann wieder der nächste Keil, der irgendwie dazwischen getrieben wurde. Wegen falscher Kommunikation. Und dann hat Timo auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ey, hör mal zu, was soll die Scheiße? Stellst mich hier online dar, als würde ich nichts mehr mit euch machen wollen wegen meinen Kindern. Du weißt genau, dass ich nie abgesagt habe. Und dann gab es ein bisschen Streit dadurch, weil ich gesagt habe, hey, das war nicht so gemeint. Ich habe ganz klipp und klar geschrieben, Hausbau und Kinder und es war nicht so gemeint. Und es ist immer diese verfickte Kommunikation einfach nur. Es ist immer dieses verfickte Scheiß, WhatsApp, Sprachnachrichten hin und her schreiben, Nachrichten hin und her schreiben. Es geht mir auf den Sack, weil man nie direkt irgendwie, wenn jemand was sagt, da eingreifen kann und was sagen kann. Nein, man muss sich immer was anhören, dann muss man wieder was hin und her sagen und wieder was hin und her sagen. Und dann habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt, weil ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, ich poste hier meine Gedanken online, wie es ist und es heißt wieder, ja, guck mal, Benji hat wieder, post wieder irgendeine Scheiße, was gar nicht so ist. Obwohl es gar nicht so gemeint war. Ich wollte einfach Klartext reden und sagen, wie ich es fühle. Ja. Da war dann natürlich in der Gruppe dann auch erstmal Totenstille. Ja. Steini hat dann noch einen ewigen Text dazu geschrieben. Den habe ich nicht geantwortet, weil ich einfach von diesem ganzen WhatsApp-Geschreibe genug hatte. Es war so viel hier zu tun mit dem ganzen Wohnungsscheiß, mit dem Ausweis, mit YouTube, dass ich einfach mal eine Woche oder eineinhalb nicht mehr geantwortet habe auf die letzte Nachricht. Und da hat Steini sich dann natürlich vor den Kopf getreten gefühlt. Was ich auch nachvollziehen kann, weil man da wirklich eine ewig lange Textnachricht in WhatsApp reinschickt und dann kommt einfach keine Antwort. Kann ich verstehen, wenn man das vollkommen als Disrespect ansieht. Und dann kann ich auch verstehen, wenn die Jungs sagen, ey, ich muss da jetzt erstmal einen Cut machen, muss da erstmal wirklich ein bisschen Abstand von nehmen, so geht es momentan nicht. Und da habe ich auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ey Jungs, es scheint so, als ob wir uns hier gerade einfach nicht einigen können, lass uns jetzt erstmal darauf beruhen. dann ist Broski auch aus der WhatsApp-Gruppe rausgegangen, hat gesagt, ey, ich kling mich hier aus, ich habe keinen Bock mehr auf die Diskussion, so viel in letzter Zeit dazu geschrieben, macht keinen Sinn mehr. Ja. Dann, äh, war das eben das Letzte, was so in der Luft stand, dann haben die Tisi-Jungs auch ihren Realtalk dazu im Stream gemacht, weil sie auch alles voller Fragen gekriegt haben und so weiter. Ich kann es im Nachhinein natürlich auch verstehen, dass man, äh, dazu dann was im Stream sagt und seine Meinung dazu äußert und dass die Jungs auch einfach irgendwann keinen Bock mehr hatten nach dem, was ich wirklich viel verkackt hatte, weil ich auch in letzter Zeit einfach schluderig mit allem umgegangen bin. Dieser Scheiß-Cup, den ich damals gemacht habe, der so beschissen gelaufen ist, muss man wirklich das Kind beim Namen nennen, wo ich einfach im Urlaub meinte, ich muss einen scheiß verfickten FIFA-Cup machen. Ich frage mich wirklich, was in meinem verfickten Kopf da falsch gelaufen ist. Ich mache einen Cup, lade andere YouTuber dazu ein, die ihren Stream anhauen, die ihre Zuschauer sagen, ey, schau mal, der Junge macht einen Cup, ich spiele damit, die supporten das, die wissen ja auch, dass da Sponsoren hinter stecken, dass die ihre Reichweite mitbringen und die Jungs haben mitgemacht, die Tisis, weil sie auch gesehen haben, ey, beim ersten Cup, den Benji gemacht hat, der lief gut, der war top organisiert, der lief chockisill, beim zweiten Cup, dicker, lief alles scheiße, im Urlaub, mein Gepäck war weg von Lufthansa, ich hatte nix, am selben Tag kam mein Gepäck, ich musste mein Setup aufbauen, und dann fällt das Internet aus, ich noch voll angetrunken im Stream, ich vollidiot und der ganze Cup war für den Arsch und ich, alles was ich mache ist, ja, sorry Jungs, war kacke, poste danach wieder Soft-Stories, ich kann es absolut nachvollziehen, dass alle auf mich angepisst waren, aber in dem Moment konnte ich es nicht nachvollziehen, ich habe dann natürlich danach dann gepostet von wegen yo, ey, sorry Jungs, tut mir leid, es lief alles scheiße, it's all me, war mein Fehler, ähm, aber tatsächlich auch nur in dem Moment, weil Darius mir gesagt hat, ey Digga, hör doch mal zu, der Manager, der mit da war im Urlaub, fahr mal lieber einen Gang zurück, poste mal von wegen, ey, das war alles scheiße und so, weil für mich in dem Moment war einfach, ey, das war, also der Cup war auch eigentlich gut geplant, aber dieser Internetausfall und meine Dummheit vom Alkoholsaufen hat alles verkackt und in dem Moment dachte ich mir so, ja, Internet ging halt nicht, was soll man machen, scheiße gelaufen, kann ich selbst nichts dafür, egal, weitermachen, nächstes Mal wieder und hab mich einfach nicht in dem Moment hineinversetzt, dass die Jungs alle voll angepisst waren und ich denke einfach, das ganze Zeug, was sich alles aufgestaut hat, dadurch, dass ich auch schon immer meinen Kanal schleifen gelassen habe und früher oft zu spät gekommen bin, hat dann einfach das Fass zum Überlaufen gebracht und damals war ich dann einfach, muss ich ehrlich sagen, muss ich wirklich offen und ehrlich sagen, war ich angepisst auf die Jungs, auf die Thesis, weil die im Stream öffentlich gesagt haben, wie scheiße das war, wie kacke das war, dass man sowas nicht machen kann und da war ich einfach in dem Moment enttäuscht von den Jungs, weil ich mir dachte, ey, wenn man wirklich gut befreundet ist, dann sagt man doch sowas nicht im Stream, weil man genau weiß, dass die Leute alle die Meinung übernehmen und die Leute alle sagen werden, ja, stimmt, ihr habt recht, typisch Benji, klassische Benji, aber es war halt einfach der klassische Benji es war der typische Benji und sowas ist irgendwie mein Problem, dass ich sowas erst im Nachhinein verstehe, dass es wirklich so war, ja, und das sind einfach alles Punkte, für die ich mich öffentlich auch entschuldigen will, weil ich leider jetzt erst im Nachhinein weiß, dass ich da ganz, ganz fette, dicke Fehler gemacht habe und auch die Streams der anderen damit aufs Spiel setze, weil die haben auch Zuschauer, die erwarten, dass ein geiler Stream kommt und dann enttäuscht werden und es war einfach dumm, genauso wie dumm es war, meinen engsten YouTube-Homies, Freunden nicht zu sagen, dass ich auswandere, weil ich Idiot einfach nicht dran gedacht habe, weil wir in dem Moment, zu dem Zeitpunkt nicht viel miteinander zu tun hatten und ich dann einfach, ich will nicht sagen im Eifer des Gefechts, aber ich dann einfach in einer Krise poste, ja, das war es mit der Crew, ich bin raus, ich fühle mich nicht mehr dabei und in solchen Momenten heißt es doch eigentlich erst recht zusammenhalten und das habe ich nicht gemacht. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns dann, habe ich dann, also Broski war ja schon lange aus der Crew-Gruppe jetzt raus, die Jungs haben alle ihr Statement im Stream abgegeben, ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen und sowas und habe das Ganze erst mal ein bisschen runtergespielt, wollte nichts dazu sagen, weil ich auch den Jungs nicht weiter vom Kopf stoßen wollte und mir war auch in dem Moment bewusst, egal was ich sage, es ist, es bringt nichts. Aber es gibt einfach auch Momente, in denen lohnt sich das nicht, nichts zu sagen und das wäre eigentlich einer gewesen, wo ich direkt, hey, die Hand heben hätte müssen und sagen, ey, mein Fehler, es tut mir leid, so und so war es gelaufen, ich will, dass ihr wisst, ihr da draußen, dass ich die Jungs nicht einfach im Stich gelassen habe, dass ich mich nicht einfach verpisst habe und einfach auf alles geschissen habe, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben. Ich weiß ganz genau, was wir uns alle gemeinsam aufgebaut haben und ich weiß, dass jeder Einzelne von der Crew nicht da wäre, wo wir jetzt sind, hätten wir nicht einfach immer zusammengehalten. Aber das kam leider durch diese ganze Aktion so rüber, als würde ich einen Fick drauf geben, was alles passiert ist und dass ich es nicht zu wertschätzen wüsste, was die Jungs mir alle geholfen haben und so weiter. Es war mir einfach alles zu viel, dieses ganze hier klappt es nicht, da klappt es nicht, da hat wieder jemand, für mich waren es in dem Moment Ausreden, es sind halt immer alles Kommunikationssachen. Der eine sagt wegen dem ab, der andere sagt wegen dem ab, dann sagt der wieder wegen dem ab, wo du dir eigentlich denkst, ey, wenn es dir wirklich wichtig wäre, dann machen wir das auch, dann kann man diese kleine Sache, wegen der man absagt, auch verschieben oder ein anderer mal machen. Und das war einfach so mein Problem mit der ganzen Sache, dass einfach nichts mehr geklappt hat, wie wir es uns eigentlich geplant haben, dass wir richtig viel gemeinsam machen, dies, das, ananas. Und manchmal hatte ich dann einfach das Gefühl, ey, ja, wenn man mal spontan ein Video braucht, dann bin ich da, aber wenn ich mal was brauche, weil ich vielleicht noch diese Woche ein V-Upload brauche, ja, nee, wir haben schon unsere Videos, sorry. Oder, ja, nee, äh, geht nicht. Wir haben ja auch eine Abschiedsfeier gemacht, was sich auch viele fragen, da waren die Teases nicht eingeladen, der Schmitzi schon. Da fragen sich jetzt viele, ey, warum habt ihr die Teases nicht eingeladen? Warum wusste der Schmitzi, den ich durch die Teases kannte, vor den Teases, dass wir nach Dubai auswandern? Es lag einfach daran, bin ich 100% ehrlich mit euch, ich wusste, dass der Schmitzi auf die Party kommt und wir eine geile Zeit haben und ich wusste, dass die Teases nicht kommen würden, weil sie davor schon 90% der Dinge, wenn irgendwas war, wenn wir sie eingeladen haben, wenn sonst was war, wenn dies und das und jenes war, abgesagt haben. Und deswegen hatte ich die Jungs in dem Moment dann gar nicht erst gefragt, weil es für mich klar war, ja, es klappt leider eh nicht mit den Jungs. Was natürlich vollkommen bescheuert war. Was vollkommen dumm war. Wäre natürlich viel schlauer gewesen, hätte ich die Jungs trotzdem gefragt. Auch wenn sie abgesagt haben, dann wäre es halt so gewesen, aber dann hätte ich sie zumindest gefragt. Und ja, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Vor zwei Tagen oder am Montagabend, jetzt ist ja Mittwoch, ja, vor zwei Tagen haben wir uns dann noch mal alle gemeinsam im Discord getroffen. Steini, Broski, die Teases und ich haben noch mal über alles geredet, damit jeder noch mal seinen Standpunkt der Dinge rüberbringen kann. Wir wussten von Anfang an, ey, wir sind trotzdem immer noch Brüder. Wir gehören immer noch zusammen. Wir lieben uns immer noch alle gegenseitig. Aber dazu gehört auch einfach dazu, dass man, auch wenn man mal nicht so viel macht, trotzdem immer noch zusammengehört und dass man sich auch einfach alle Dinge sagt und dass man nicht einfach irgendwas öffentlich macht oder sonst was, wenn mal ein bisschen Stress da ist. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen von den Jungs, dass sie nach der ganzen Scheiße trotzdem immer noch da sind und dass wir immer noch gut miteinander sind. Aber ich es absolut nachvollziehen kann, wenn sie jetzt sagen, ey, wir wollen erstmal ein bisschen chillen. Aber ich will einfach, dass ihr da draußen wisst, dass wir trotzdem immer noch Brüder sind und dass wir uns trotzdem immer noch gegenseitig tief im Herzen drin haben und dass wir uns gegenseitig nicht hassen und nicht den anderen als Verräter 31er Hurensohn sehen. Auch wenn man manchmal so denkt in manchen Situationen, wo man denkt, ey, der Wichser, das fuckt mich jetzt schon wieder ab, wie der das gerade im Stream sagt, aber mir persönlich ganz anders sagt. Dann klärt man das privat, so wie wir das jetzt am Ende auch gemacht haben und dann hat sich das Ding wieder erledigt. Und ich hoffe einfach, dass ihr das irgendwie nachvollziehen könnt, dass ihr meine Seite der Geschichte irgendwie nachvollziehen könnt, dass ihr versteht, dass ich das alles nicht mit der Intention gemacht habe, die Jungs einfach im Regen stehen zu lassen. Ich kann das voll und ganz verstehen. Ja, ich habe die Jungs halt nicht in mein Abschiedsvideo mit eingebaut, einfach aus dem Grund, weil ich dort gar keinen Influencer mit eingebaut habe. Ihr habt es ja gesehen in dem Video, wo wir gesagt haben, ey, wir waren dann aus, da waren gar keine YouTuber dabei. Da waren nur Leute dabei, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, die bei uns aus dem Ort kommen, mit denen ich mich einfach jeden Tag treffe und da war gar keine Intention dahinter, den Jungs irgendwie auf den Schlips zu treten und die nicht mit einzubauen. Die Jungs waren halt mega enttäuscht, dass ich sie nicht gefragt habe, weil für sie war halt einfach und auch für mich das Crew-Ding mehr als nur Business-Partner, YouTube-Freunde. Wir sind richtige Freunde und das werden wir auch bleiben, aber es braucht einfach jetzt wieder Zeit, dass es wieder dahin kommt, so wie es mal war, damit sich die Freundschaft wieder genau dahin aufbaut und die Crew existiert auch noch Jungs. Aber das Ganze braucht halt einfach wieder ein bisschen Zeit durch viel Scheiße, die ich gebaut habe und es tut mir wirklich leid. An alle Leute, die meine Videos gefeiert haben, die den Benji gefeiert haben, es tut mir leid, dass ich meinen Kanal vernachlässigt habe, dass ich nur noch immer gestreamt habe und kaum noch Videos gebracht habe. Und ich hoffe, dass ihr damit einfach auf dem Thema Up-to-Date seid. Ich hoffe, dass ihr die Seiten verstehen könnt und dass wir ab sofort ganz normal offen darüber reden können, ohne dass jeder von mir denkt, ich wäre der größte 31er-Wichser. Ich habe den Jungs gesagt, ey, ich bin jederzeit am Start, wenn wir irgendwas starten wollen, ich komme jederzeit gerne nach Deutschland, um mit euch was zu starten. Immer. Und ich hoffe, das wissen die Jungs auch. und ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns gemeinsam zusammen hingesetzt haben, dass wir über das ganze Scheiß-Thema offen geredet haben und dass wir auch Probleme angesprochen haben und dass, ich bin sehr froh darüber, dass ich jetzt auch mal in Zukunft weiß, ey, wenn ich ein Problem habe, dann habe ich das verdammt nochmal anzusprechen und habe es nicht in mich selbst reinzunörgeln und dass ich da irgendwas aufbrauche und dann wegen jeder Kleinigkeit man sich noch mehr über jemanden aufregt. Ich glaube, ich bin einfach noch nicht immer reif genug dafür gewesen, das so zu verstehen. Ihr wisst, ich bin 25, aber bin halt einfach im Kopf noch sehr, sehr jung und das weiß ich auch und das wisst ihr auch und ich sage es euch auch wie es ist, ich mache dieses Auswandern hier nach Dubai auch um erwachsen zu werden, um neue Dinge kennenzulernen und um rauszufinden, was ich wirklich gerne mache im Leben und vollen Fokus auf YouTube zu kriegen, ohne von irgendeiner Scheiße abgelenkt zu werden. Weil ich mich einfach sehr, sehr leicht ablenken lasse von lass mal hier saufen gehen, lass mal das machen, ja, lass mal hier in Urlaub gehen. Und ich bin froh, dass es bisher ganz gut funktioniert und ich hoffe, dass es auch weiterhin in Zukunft gut funktioniert. Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder irgendwie in Urlaub gehen werde und von dort einen geilen FIFA-Stream starten werde. Das heißt nur, dass ich schlau genug bin und sowas gut genug plane und nicht so dumm bin und versuche irgendein Event mit anderen Leuten, die sich auf mich verlassen, von irgendwo zu starten, wo kein festes Setup steht, wo ich nicht weiß, was alles 100% funktioniert. Von irgendwelchen verschiedenen Orten Streamen, das liebe ich, das ist genau mein Ding. Und das werde ich in Zukunft auch noch machen. Aber ich werde nicht andere Leute mit einbeziehen, die sich da auf was verlassen müssen, weil wir wissen alle, es kann immer mal was schief gehen. Genau. Das ist ja auch. Bis zum nächsten Mal.